In diesem Video zeige ich dir die ersten Schritte mit der Polar Pacer Pro unter Verwendung der mobilen Polar Flow App. Der Lieferumfang der Polar Pacer enthält ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung mit den wichtigsten Infos und die Uhr selbst. Das Armband ist bereits an der Uhr. Wenn es nicht deine Größe hat, ersetze es durch ein anderes aus dem Lieferumfang. Die Pacer Pro wird mit Armbandadaptern geliefert. Um die Uhr zu aktivieren und zu laden, schließe sie mit dem USB-Kabel an einem USB-Anschluss oder ein USB-Ladegerät an. Das Kabel rastet magnetisch ein, wenn die Kontakte des USB-Ladekabels auf denen der Uhr liegen. Lade die Polar Flow App aus dem App Store Google Play auf dein Telefon. Öffne die Polar Flow App auf deinem Smartphone. Melde dich mit deinem Polarkonto an oder erstelle ein neues Konto. Die App führt dich durch die Anmeldung und Einrichtung. Halte dein Smartphone und die Uhr beim Einrichten nah beieinander. Dein Smartphone muss mit dem Internet verbunden und Bluetooth aktiviert sein. Nach Erstellung des Kontos kannst du mit dem Einrichten der Uhr beginnen. Suche in deinem Posteingang nach dem E-Mail zur Bestätigung der Adresse. Wähle vor der Einrichtung die Sprache aus. Die Uhr bietet dir danach drei Optionen für die Einrichtung. Auf dem Smartphone, dem Computer oder der Uhr. Hier wird die Smartphone-Option gezeigt. Bei Einrichtung auf der Uhr ist diese nicht mit Polar Flow verbunden und du erhältst kein aktuelles Firmware-Update. Bei Verwendung der verbindungslosen Methode siehst du auch keine detaillierten Trainings-, Aktivitäts- und Schlafdatenanalyse. Die Flow-App erkennt deine Uhr und fordert dich auf, sie zu koppeln. Tippe auf die Start-Schaltfläche in der Flow-App. Wenn die Bluetooth-Kopplungsanfrage auf deinem Smartphone angezeigt wird, prüfe, ob der Code mit dem auf deiner Uhr übereinstimmt. Akzeptiere die Bluetooth-Kopplungsanfrage auf deinem Mobilgerät und bestätige den PIN-Code auf deiner Uhr durch Drücken der OK-Taste. Tippe nach dem Einrichten auf Speichern und Synchronisieren. Die Einstellungen werden mit der Uhr synchronisiert. Bitte aktualisiere die Firmware deiner Pacer immer, wenn die Polar Flow-App eine neue Version anbietet. Jetzt kannst du mit der Nutzung deiner Polar Pacer beginnen. Für mehr Infos zu deinem Gerät, sieh dir die weiteren Videos zur Polar Pacer auf diesem Kanal an oder besuche unsere Website polar.com.